Willkommen zum vierten Teil von Organo Vino 2021 underground. Wir sehen uns heute gemeinsam die offene Wunde an und das in einem musikalisch sehr kontrasträuchend Programm mit verschiedenen Instrumenten an verschiedenen Orten. Aber bevor wir wirklich underground gehen und in die offene Wunde schauen, beginnen wir mit Grounds, mit drei hochbarocken Grounds von Henry Purcell. Lassen Sie sich überraschen. Und dann wird der Boden instabil, weil wir an der Orgel zum Halsbronn eine Windsteuerung, eine sogenannte Winddrossel inzwischen haben. Und da werde ich eine Improvisation spielen mit dem Titel Verendungen. Anschließend geht es dann wirklich underground unter die Erde und zwar in die Kühlkammer, in die Kühlkammer des Leichenkellers hier in Altschöneberg. Und zu hören wird sein das Susafon. Ein Susafon, das ist eine große Tuba, nicht unbedingt für Klangschönheit bekannt, aber bei der Improvisation Wundbrand wird es auch nicht unbedingt um Schönheit des Klanges gehen dürfen. Und zum Schluss dieses kleinen Konzertabends kommt eine der Variationen, die wir unter dem Namen Goldberg-Variationen kennen, die aber im Original Aria mit Veränderungen heißt. Und zwar die Variation, die am bizarrsten, am exotischsten, am uneinschätzbarsten ist. Paul Bauer ist einser Betten, die wir unter den Tuba, sondern die Kühlkammer, die wir unter den Tuba, nicht immer mit einer Art der Kühlkammer von Aufheben. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.